In diesem Video geht es darum, eine parallele Gerade zu finden. Wir haben also eine Gerade gegeben mit f von x ist gleich 2x plus 3 und sollen jetzt eine weitere Gerade finden, die durch den Punkt p1,2 geht und parallel zu f von x ist. Also hier mal zeichnerisch, wir haben eine Gerade, zum Beispiel so, und jetzt sollen wir eine weitere finden, die parallel dazu liegt, also so. Wie finden wir diese? Nun, dazu schreiben wir erst einmal die allgemeine Form auf. Also die allgemeine Form, die oft in der Formelsammlung dann gegeben ist, lautet f von x ist gleich m mal x plus b. Hier sieht man schon, hier steckt m drin, also m ist 2. Die Steigung ist 2 und wenn die neue Gerade parallel ist, so wie hier drüben gezeichnet, dann muss diese dieselbe Steigung haben. Das heißt, die parallele Gerade hat ebenfalls die Steigung 2. Jetzt wissen wir noch, dass die neue Gerade durch den Punkt p1,2 gehen soll. Daher machen wir folgendes, f von x oder y. y ist gleich m mal x plus b. Und jetzt wissen wir ja, m ist 2. y ist gleich 2x plus b. Und wir haben den Punkt gegeben, durch den die neue Gerade gehen soll, mit x gleich 1, y gleich 2. Setzen wir ein, beziehungsweise ich schreibe es nochmal hier oben hin. Also das hier, andere Farbe, das hier ist x und y ist 2. x gleich 1, y gleich 2. Also damit in unserer Gleichung. Wir haben y, also 2, ist gleich 2x, 2 mal x ist 1 plus b. Denn genau so können wir unser b rausfinden. Rechnen wir aus, 2 ist gleich, 2 mal 1 ist 2 plus b. Wir subtrahieren auf beiden Seiten der Gleichung 2, 0 ist gleich b. Also b gleich 0. Das heißt, für die neue Gleichung gilt, b ist gleich 0. Und für die neue Gleichung gilt das hier oben, m ist gleich 2. Damit erhalten wir die neue Parallele Gerade. nennen wir sie jetzt mal g von x, ist gleich, m ist 2, also 2x plus 0. b ist ja 0, also g von x ist gleich 2x. Das ist jetzt die Parallele Gerade zu f von x durch den Punkt p1, 2. Mehr zu Geraden auch in der Endcard, beziehungsweise auf meinem Kanal.